Alles mit Spanngurten festgemacht und die hinteren Arbeitstische sind extra gesichert. Also machen wir mal den ersten auf. Du kannst auch den einen aufmachen. Genau und beim letzten muss man dann ein bisschen aufpassen, dass man es festhält. Jetzt nehmt ihr als erstes den mit den zwei Füßen. Immer gucken, dass es richtig einrastet. So, jetzt kommt der nächste Part mit dran. Einmal aufmachen, einrasten, müssen wir den aufschrauben. Dann kommt der da rein. Der muss nur leicht zu sein, sodass es hält. Machen wir den letzten Part. Jetzt drehen wir den hier wieder auf und tun jetzt halt alles zusammen. Okay, jetzt müssen wir es einmal ein bisschen hochheben, damit es gerade steht. Festschrauben. Entweder ihr habt hier eine Dreiertheke, schön als Stern. Oder, jetzt nehmen wir es nochmal kurz auseinander. Mal den Mittelpad hier. Ich setze das wieder zusammen und den reicht schon. Packen wir hier rein und dann habt ihr eine wunderbare Theke, die ihr stellen könnt, wie ihr wollt. Perfekt. Dann nehmen wir mal raus. Gerade rausziehen. Genau. Einmal absetzen. Perfekt. Perfekt. Super. Okay.